Hamburg Einsteins Definition von Wahnsinn ist immer das gleiche Ton und andere Ergebnisse erwarten. Und das Denken, das dieses Problem geschafft hat, wird es auch beinhaltet, nicht die Lösung, ist auch von Einstein. Und manchmal muss man auf eine höhere Ebene gehen, manchmal hilft es nur, hier ist ein altes Lied von 75, das heißt Höhen. Und das ist Musik von Das war's. Frieden, Freiheit, Weltbestimmung! Frieden, Freiheit, Weltbestimmung!